Jo, servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in meinem Raumschiff-Meisterkurs. Nachdem wir jetzt die drei grundbegrifflichen Arten für ein Raumschiff-Bild in den vorherigen Videos genannt haben, geht es jetzt ans Eingemachte. Wir fangen nämlich mit einem Energiewaffen-Build-Guide an für Anfänger-Neulinge. Vorab die Info. Wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, habe ich den Twitch-Link in der Beschreibung. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, sind dort auch alle anderen Social-Media-Links drin. Plus, dass ihr auch jederzeit auf meinen Discord kommen könnt, wenn ihr gleichgesinnte Spieler sucht, mit denen ihr zusammenspielen wollt oder könnt oder ihr Hilfe benötigt. Energiewaffen-Builds sind die häufigsten Build-Typen im Spiel. Energie-Builds sind sehr vielseitig und passen zu vielen verschiedenen Schiffen, von schnellen Escort-Schiffen bis zu großen Threadnoughts. Energie-Builds schließen auch Tank-Builds ein und können optional auch einen Torpedo enthalten. Deine Wahl bei Karriere und Rasse ist nicht so wichtig. Es gibt zwar ein paar kleine Unterschiede, wenn du versuchst, alles perfekt zu optimieren. Aber wenn du nicht unbedingt der Beste auf der DPS-Rangliste sein willst, dann kannst du jede Art von Captain wählen. Zu jeder Fraktion gehören und mit jedem Schiff und Build im Spiel erfolgreich sein. Es gibt viele Dinge, die man beachten muss, um herauszufinden, ob ein Schiff gut für Energiewaffen ist. Hier ist ein einfaches Beispiel dazu. Mehr Waffen sind besser. Ein Schiff mit 8 Waffen ist besser als eines mit 7 Waffen plus einer Experimentalwaffe. Ein Schiff mit 7 Waffen ist besser als eines mit 6 Waffen plus einer Experimentalwaffe. Und ein Schiff mit 6 Waffen ist immer noch gut. Wenn du Strahlenwaffen oder Kanonen benutzt, sind mehr Waffen vorne am Schiff besser. Eine Schiffssektion mit 5 Waffen ist am besten. Dann kommt eine mit 4 und danach eine mit 3. Je mehr taktische Konsolen du hast, desto besser ist es. Achtung an der Stelle. Neuerdings gibt es die Isomag-technischen Konsolen, die man selber herstellen kann. Das Material dazu kann man in Elite-TFOs erfarmen. Die Isomag-Konsolen machen technisch-lastige Schiffe etwas interessanter. Wenn dein Schiff keine Dualkanonen verwenden kann, ist es nicht gut für Kanonenbilds geeignet. Der Wundertäter-Commander ist eine der besten Wahlmöglichkeiten aufgrund seiner zusätzlichen Konsole und der speziellen Fähigkeit Mix Armaments Synergy und Narrow Sensor Bands. Wenn du das Exceed-Rated-Limit möchtest, ist ein Commander-Wundertäter-Schiff keine schlechte Wahl. Zeit-Agent ist besonders gut für Lieutenant-Commander und höher geeignet. Es passt gut zu Beam-Overload, da es sich auf ein einzelnes Ziel konzentriert und du verlierst nicht die Stufe 3 des Feuermodus. Spio ist bis zum Lieutenant-Commander nützlich vor allem für Override-Subsystems, Safeties und möglicherweise Ionic-Turbulent oder Intel-Team. Wenn du Surgical Strikes, Präzisionsschläge auf Deutsch einsetzen möchtest, benötigst du ein Commander-Spionage-Schiff. Pilot ist bis zum Commander sinnvoll, insbesondere für Fly-Hair-Apart und möglicherweise Form-Up- oder Pilot-Team. Wenn du Reroute-Reserve-To-Weapons verwenden möchtest, ist ein Commander-Pilotschiff erforderlich. Die Führungsspezialisierung wird besonders ab dem Rang Fähnrich interessant. Emitter überlasten ist eine nützliche Fähigkeit auf und Feuer konzentrieren 3, aber du musst einen Torpedo verwenden, um den Nutzen daraus zu ziehen. Auf Commander-Ebene kannst du Artillerie 3 einsetzen, aber diese Fähigkeit erfordert eine Gravi-Quelle oder eine andere starke Anziehungskraft, um sie effektiv nutzen zu können. Allerdings funktioniert sie auch bei stationären Gegnern. Führung ist auch sehr gut für Tank-Bills geeignet. Meine persönliche Empfehlung dafür, Commander-Wunder-Täter oder Commander-Spionage sind sehr zu empfehlen. An zweiter Stelle Commander-Temporal, Commander-Pilot und Lieutenant-Commander-Spionage sind eigentlich gleich gut. Auf Platz 3, Lieutenant-Commander-Wunder-Täter und Commander-Führung sind ebenfalls gleich gut. Und auf dem vierten und letzten Platz, Lieutenant-Commander-Pilot, der ist halt am schlechtesten von allen. Wenn es um die Anzahl der Konsolen auf den Schiffen geht, dann empfehle ich Schiffe mit 12 Konsolen. Die Konsolen, also K6-Flotten-Variante, die sind am besten. Dann kommen die K6-Schiffe aus dem Zen-Store mit 11 Konsolen. Und alle anderen ab K5 und abwärts haben halt weniger Konsolen, sind damit etwas schlechter. Ausnahme sind davon natürlich die legendären Zen-Schiffe bzw. die Event-Schiffe. Das sind jedoch nicht die einzigen Faktoren, die bei der Bewertung eines Schiffs wichtig sind. Wir müssen auch die grundlegenden Fähigkeiten der Brückenoffiziere in Betracht ziehen. Anstatt alle möglichen Kombinationen von Brückenoffiziersfähigkeiten zu durchforsten, sollten wir uns auf das Wichtigste konzentrieren. Die Waffen wählen ist das Allerwichtigste. Entscheide dich für einen Energiewaffenfeuermodus, zum Beispiel Feuerfrei, Strahlenbanküberladung, Kanonestreusalbe oder Kanonenschnellfeuer in der höchsten Stufe. Manchmal gibt es spezielle Situationen, in denen mehrere Feuermodi verwendet werden, aber normalerweise sollte nur einer zur gleichen Zeit aktiv sein. Baue die stärkste mögliche Notenergie zu Waffenfähigkeit ein. Das ist besonders wichtig für Energiebilds, da sie den Schaden erhöhen. Platziere Angriffsmuster Beta auf der höchstmöglichen Stufe, nachdem du den Feuermodus ausgewählt hast. Dieses Muster schwächt den Widerstand der Gegner, je mehr Spieler es verwenden, desto besser. Kommen wir zur Cooldown Reduction. Die Fähigkeiten eines Brückenoffiziers haben eine Grundabklingzeit, die normalerweise länger ist als die minimale, auch globale Abklingzeit genannt. Du kannst diese verbessern. Wenn du einen Lieutenant Commander Wissenschaftler hast, nutze Photonischer Offizier 2. Wenn du zwei Lieutenant oder Lieutenant Commander Techniker hast, kannst du zweimal die Hilfsenergie zu Batterie, auch Ox to Bat genannt, Fähigkeiten mit seltenen technischen Dienstoffizieren oder höher einsetzen. Du kannst diese kostenlos bekommen, wenn du die Betran Cluster Kolonie Kette abschließt. Die beste, aber auch teuerste Option derzeit im Spiel für Cooldown Reduction ist der Bäumler Effekt, dass es deine persönliche Raumeigenschaft in der Tauschbörse oder im Lobby Store erhalten kannst. Das sind die wichtigsten Aspekte für Energie Builds. Jetzt können wir uns weiteren Fähigkeiten für diese Art von Build zuwenden. Da hätten wir zuerst die taktischen Fähigkeiten. Wenn du Torpedos abfeuerst, kannst du Torpedo großflächig einsetzen, wenn du Strahlenbankfeuerfrei dabei hast, um viele Ziele zu treffen. Du kannst allerdings auch Torpedo verstärkte Wirkung einsetzen, allerdings nur, wenn du Strahlenbanküberladung dabei hast. Zu empfehlen wäre dann auch noch Chemo Seed. Das kannst du dir an der Tauschbörse kaufen, ist allerdings etwas teuer. Genauso wie die Fähigkeit verteiltes Anvisieren. Wenn nötig, kannst du zusätzliche Fähigkeiten wie fokussierter Angriff dazu holen. Achtung, ganz ganz wichtig! Von der Fähigkeit Taktik Team rate ich dringendst ab, da sie deinen Feuerzyklus beeinträchtigt und somit deinen Schaden reduziert. Leider gibt es noch die ein oder andere Falschbehauptung, dass das nicht geglaubt wird, allerdings ist es tatsächlich so. Mit Notenergie zu Antrieb kannst du die Energie deines Schiffsantriebs erhöhen, um schneller zu fliegen. Was zu mehr Schaden führen kann. Speed gleich Schaden. Ebenso ist es sinnvoll, die Hilfsenergie zu struktureller Integrität oder Hilfsenergie zu Damp zu verstärken, um deine Heilung und Schadensresistenz zu erhöhen. Mit gerichteter Energiemodulation erhöhst du wiederum etwas deinen Schaden. Wenn du ein Technik Team mitholen willst, dann nur auf dem ersten Slot, also dem Fenrich Slot, da das Technik Team nicht so gut ist. Es gibt eine geringfügige Heilung. Der Hazard Emitter ist eine wichtige Fähigkeit, die Schäden über Zeiteffekte entfernen und dich heilen kann. Die Gravi-Quelle kann nützlich sein, um Feinde für Kanonenbilds vor die Nase zu sammeln. Der Traktorstrahl kann verwendet werden, um Gegner festzuhalten, wird meistens in Kombination mit Schiffstraits oder Rufstraits mitgenommen. Und die Fähigkeit Hülle polarisieren kannst du in Erwägung ziehen, ist ebenfalls eine nützliche Fähigkeit. Brücken-Offiziers-Spezialisierungen. Da hätten wir zuerst mal den Wundertäter. Da gibt es zum Beispiel Sensorbandbreite einschränken, ist eine sehr nützliche Fähigkeit für gute Piloten. Wenn du verschiedene Waffen benutzt, kann Bewaffnung-Synergie eine gute Fähigkeit sein, erfordert jedoch besondere Einstellungen oder Timing. Spionage-Subsystemsicherung über Brücken verstärkt die Energiewaffen erheblich. Das Spionage-Team kann deine Überlebensfähigkeit verbessern, indem es Bedrohungen reduziert, ist aber eher speziell. Der Ionenwirbel ist auf höheren Rängen gut, wird aber oft von Subsystemsicherung über Brücken übertroffen. Der Zeitagent-Rekrusive Scherung verursacht großen Schaden an einzelnen Zielen. Das chronometrische Umkehrfeld kann den gegnerischen Schaden erheblich reduzieren. Die kausale Umkehr heilt gut, besonders wenn du andere temporale Fähigkeiten einsetzt, um Entropie aufzubauen. Führung ist nicht besonders gut für Energieschaden geeignet. Wenn man allerdings Führung dabei hat oder Führung mitnehmen möchte. Feuerkonzentrieren 3 funktioniert gut mit Torpedos. Unterdrückungsfeuer in hohen Rängen ist sehr nützlich fürs Tanken. Sammelpunktmarkierer bietet ordentlich Heilung und Emitter überlassen ist akzeptabel. Notfall-Artilleriebeschuss 3 verursacht großen Schaden an stationären Zielen, ist aber nur auf bestimmte Karten-Szenarien interessant. Führung ist wie gesagt für Normal-Damage-Energieschaden nicht besonders gut geeignet. Allerdings für Tanken sieht die Sache auch wieder anders aus. Wenn ihr also einen Tank bauen wollt, seid ihr bei Führung zum Beispiel richtig. Pilot Formationsflug ist eine herausragende Fähigkeit, die deinen Schaden erheblich steigert. Du benötigst etwas Heilung, um den Gesundheitsverlust auszugleichen, aber sie bietet einen sehr hohen Schadens-Buff, der während des Briefings vorgeladen werden kann. Achtung, lege sie nicht in deine Spam-Bar, da sie ein Toggle ist und abgebrochen wird. Beachte allerdings bei all dem, was ich bisher jetzt gesagt habe, es sind Richtlinien bzw. auch Empfehlungen von mir. Es ist keine strikte Regel. Ich schreibe hier keinem vor, wie er sein Bild aufbauen soll, mit was für einem Schiff er fliegen soll oder wie auch immer. Es sind rein Empfehlungen und Richtlinien, mehr nicht. Dies ist ein einfacher allgemeiner Skillbaum, den ich für den Anfang jedem empfehle, egal was er oder sie fliegt. Im späteren Spielverlauf kann man mit Umverteilungstokens, die man aus dem Rufsystem bekommt, die Skillung spielend wieder anpassen. Ganz wichtiger Hinweis zum Skillbaum an der Stelle, man kann nicht alle Skillpunkte füllen. Das ist ein Fehler, den viele Neulinge machen. Sie denken am Anfang, man könnte den kompletten Skillbaum füllen. Dies ist nicht möglich. Deswegen gut überlegen, wo ihr die Punkte verteilt. Neben dem Skillbaum gibt es noch die Spezialisierungen. Das ist allerdings ein recht kleiner Bereich, ein recht einfacher Bereich bei Energiebilds. Wenn du Spionage als Hauptattribut wählst, bist du hauptsächlich auf allgemeine Waffenangriffe spezialisiert. Spieler, die die Spionage verwenden, sollten lernen, wie man taktisch agiert, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Wenn du einen Tank hast, ist Zeitagent zu bevorzugen, während Strateger als sekundäres Attribut unterstützend wirkt. Wenn du dich auf Raumschiffe spezialisieren möchtest, die wissenschaftliche Fähigkeiten mit ihrem Energieschaden kombinieren, ist Zeitagent deiner Hauptwahl, während Strateger als sekundäres Attribut hilfreich ist. Die Energielevels sind eigentlich bei Energiebilds folgendermaßen einzustellen. In der Regel wird die Waffenenergie ganz nach oben gezogen, aufs Maximum, dann ein Schloss rein und als zweithöchstes kommt dann die Antriebsenergie. Denn wie wir wissen, Speed gleich Schaden. Desto schneller ihr am Gegner seid, desto besser und schneller könnt ihr natürlich Schaden raushauen. Allerdings gibt es eine kleine Ausnahme, was ich in meinen Missionsbilds zum Beispiel schon erklärt habe, die ich in dem Moment natürlich auch wieder verlinke. Es gibt spezielle Energiebilds, sind eher seltener, wo Waffenenergie auf Maximum gezogen wird und die Hilfsenergie als zweithöchstes Level hochgezogen wird. Wieso dies so ist, habe ich wie gesagt in besagten Videos in der Infobox bereits erklärt. Kommen wir nun zur Ausrüstung des Ganzen. Diese Ausrüstung sind reine Empfehlungen, Dinge die machbar sind und die wenig kosten. Als erstes müssen wir uns für einen Waffentyp und die Waffenart entscheiden. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile. Einfache Strahlenbänke verursachen nicht viel Schaden, können aber in einem weiten Bereich von 270 Grad feuern. Dual Strahlen richten mehr Schaden an, können jedoch nur in einem kleineren Bereich von 90 Grad vor dem Schiff abfeuern. Du solltest dein Schiff auf das Ziel ausrichten, um sie effektiv zu nutzen. Rundstrahlende Waffen opfern etwas Schaden, können aber in alle Richtungen feuern, also 360 Grad. Dual Kanonen und schwere Dual Kanonen feuern mehrere Energieimpulse auf Ziele ab, haben aber einen begrenzten Feuerbereich von 45 Grad und sind nur für die vorderen Waffenplätze einiger Schiffe geeignet. Schwere Dual Kanonen verursachen mehr Schaden als die einfachen, verbrauchen aber schneller Energie. Du solltest dein Schiff auf das Ziel ausrichten, wenn du diese Waffen benutzt. Geschütztürme feuern Energieimpulse in einem 63 Grad Winkel ab, haben aber einen geringeren Grundschaden im Vergleich zu anderen Waffen. Sie werden normalerweise auf den hinteren Waffenplätzen platziert. Es ist eine gute Idee, sich für einen Hauptwaffentyp zu entscheiden, entweder Strahlen oder Kanonen, nicht beides mischen und dann deine Ausrüstung entsprechend anzupassen. Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen es sinnvoll sein kann, verschiedene Waffentypen zu kombinieren. Die Wahl eines einzelnen Torpedos hängt von den Eigenschaften und Setboni des Torpedos ab. Denke daran, dass Torpedos oft als immersive Waffen angesehen werden. Wenn du also die Atmosphäre genießen möchtest, wähle einen passenden Torpedo aus. Schließlich ist es ratsam, sich auf einen einzigen Energietyp für deine Waffen zu beschränken, zum Beispiel alle Disruptoren oder alle Waffen auf Phaser. Das maximiert die Vorteile von Konsolen und Setboni, da sie in der Regel besser funktionieren, wenn du sie auf denselben Typ stapelst. Es gibt nur wenige Konsolen und Setboni, die alle Energietypen verstärken. Als Schutzschild empfehle ich aus dem Discovery Roof Tillys Schutzschild. Der ist eine gute Wahl, da dieser den Schaden erhöht, den du den Schilden deiner Gegner zufügst. Für die Triebwerke und Warp und Singularitätskerne gibt es verschiedene Optionen, je nachdem was man braucht. Wenn du deine Hülle regenerieren möchtest, nimmst du noch den Warpkern, den Mycel Warpkern oder Singularitätskern aus dem Discovery Roof mit. Der Zweiersetbonus gibt dir etwas mehr Hülle. Wenn du schnell sein möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Jedes Schiff sollte in der Lage sein, sich schnell zu bewegen. Du kannst entweder die Brückenoffiziersfähigkeit Notenergie zu Antrieb, Rang 1 ist da völlig ausreichend, verwenden. Das Deuteriumgerät habe ich ebenfalls ein Video dazu gemacht, da ich in dem Moment verlinke in der Infobox. Und Notfallkon-Hologramm aus der Phönixbox kannst du ebenfalls einsetzen. Für zusätzliche offensive Stärke gibt es den offensiven Wettkampfimpulsantrieb aus dem Wettkampfruf. Kommen wir allerdings nun zu der alles entscheidenden Frage, die am Anfang immer gestellt wird. Welche Energiewaffenart soll man nehmen? Vorab die Warnung schlechthin. Fliegt keine Regenbogenwaffen. Mischt nicht die Energiewaffen. Mischt kein Antiproton mit Disruptor, Phaser etc. Entscheidet euch für eine Waffenart. Das ist das Beste, was ihr tun könnt. Inwiefern sich diese Arten unterscheiden und welche es gibt, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, was ich auch in diesem Moment verlinken werde. Ein weiterer kleiner Hinweis, den ich schon öfter gesehen habe. Der kinetische Schneidstrahl ist keine gute Wahl. Sein Schaden pro Sekunde ist ähnlich wie der eines Geschützturms, aber er hat Nachteile gegenüber gepanzerten Ziele. Er funktioniert am besten auf einem Schiff mit 5 vorderen und 3 hinteren Waffen, wenn du die Fähigkeit Beam Overload und das assimilierte Modul nutzt, um die Energiekosten zu senken. Ansonsten ist er nicht empfehlenswert. Wenn dein Schiff die Fähigkeit Mixed Armaments Synergy hat, solltest du stattdessen einen Geschützturm verwenden, auch in einem Beam Overload Build. Fazit vom kinetischen Schneidstrahler, am besten die Finger lassen. Solltest du keinen Universal-Konsolenslot haben, reserviere dir auf jeden Fall einen taktischen Konsolenslot für die Lorca-Konsole aus dem Discovery Roof. Die wird auf jeden Fall mitgenommen. Die restlichen Konsolen sollten entweder Schwachstellen-Lokalisierer für die Crit Chance sein oder Schwachstellen-Ausbeuter für den Crit Schaden. Natürlich immer auf eure Energie-Waffen angepasst. Findet man im Flottenspire, habe ich ebenfalls ein Video bereits drüber gemacht, welches ich in diesem Moment in der Infobox ebenfalls verlinke. Solltet ihr etwas tanky unterwegs sein, empfiehlt es sich, aus der Flottenkolonie die Protomaterie-Konsolen zu holen. Ebenfalls Flottenkolonie-Video in der Infobox. Wenn du ein Plasma-Setup fliegst oder auf die Ba'ul Antiproton zurückgreifst, empfehle ich an der Stelle ebenfalls noch die Fekiri-Konsole aus der Mission Leap of Faith. Ist eine gute kostenlose Option und dann gibt es natürlich noch andere Konsolen, die man mitnehmen sollte. Ist natürlich immer nach der Geschmacksrichtung, was für Waffen man fliegt, abhängig, beziehungsweise auch typ-spezifisch abhängig. Allerdings zähle ich hier mal ein paar allgemeine gute Konsolen auf, die man mitnehmen kann. Da hätten wir zuerst einmal aus der Mission Schmetterling die temporale Konsole, aber nur, wenn ihr als zweites die Hilfsenergie hochziehen möchtet. Aus dem Omega-Ruf könnt ihr das assimilierte Modul mitnehmen. Sehr gut zu empfehlen für den Anfang ist der M6-Computer aus dem K3-Schiff Temporale Eskorte. Kostet allerdings beim Schiffshändler 75.000 veredetes Delizium. Dann gibt es noch aus dem Discari-Ruf die Bellum-Konsole. Die kann man im Rufladen sich holen, aber Vorsicht, im Rufladen bezahlt man mit normalem veredeten Delizium, nicht mit Ruf-Delizium. Aus dem Romulanischen Ruf Nullpunkt-Energie-Leitungskonsole. Aus der Phoenix-Box die interphasische Instabilität. Und ich würde an eurer Stelle noch in Erwägung ziehen, gerade am Anfang vielleicht noch die ein oder andere Defensiv-Konsole mitzunehmen. Da bietet sich aus den Missionen die Trelium-D-Konsole an, aus der Mission Ragnarok. Oder aus jenseits des Nexus die Nexus-Konsole. Für die Geräteslots empfehle ich ganz stark den Energieverstärker. Kann man selber bei Forschungen und Entwicklung herstellen. Den Deuterium-Überschuss, den ich bereits erwähnt hatte. Nachdem man die Mission gemacht hat, kann man den selber herstellen. Und dann kommen wir noch zu den Upgrade und Seltenheit. Die meisten Builds funktionieren auf schweren TFO-Maps schon mit dem standardmäßigen MK12. Für Elite-TFOs empfehle ich auf MK15 abzugraden und dementsprechend zu modifizieren. Epische Ausrüstung ist, also goldene Ausrüstung ist niemals notwendig und dient nur der Optimierung von Builds für DPS-Jagd. Es reicht einfach nur MK15. Es gibt natürlich noch drei Dinge, die am Anfang weniger eine Rolle spielen. Die erst nach und nach wichtig wird, wenn ihr halt dementsprechend weit im Spiel seid oder vielleicht auf DPS-Jagd gehen wollt oder so. Der Typ der Energiewaffe. Ob ihr Plasma, Disruptor oder sogar Tetreon holt, ist euch überlassen. Spielt keine Rolle. Ihr könnt in schweren und Elite-TFOs mit allem fliegen. Erst wenn ihr später auf DPS-Jagd geht bzw. mehr Schaden raushauen wollt, dann müsst ihr euch dementsprechend ein wenig eingrenzen. Für Anfänger lohnt es sich allerdings eher Phaser, Polaron oder Disruptor zu wählen, da es tendenziell mehr Gegenstandssets und Konsolen leicht zu erwerben gibt. Während für Tetreon, Plasma und Antiproton halt weniger leicht zu erwerbendes Equip gibt. Die Waffenmodifikatoren sind auch erst später zu berücksichtigen, wenn ihr mehr Schaden raushauen wollt. Damage ist dabei immer zu bevorzugen. Also eine Waffe zum Beispiel mit 4x Damage drauf. Pen eignet sich gut für handgefertigte Waffen, also für F&E Waffen. Wenn ihr eine kleine Spielerei beim F&E Bereich haben wollt, ist Over noch eine gute Möglichkeit. Allerdings Pen und Over sind bei weitem nicht so gut wie Damage, also sprich Damage immer zu bevorzugen. Die Waffenprox spielen allerdings wie gesagt keine Rolle, bis du wirklich Min-Maxing beginnst. Der Unterschied zwischen zum Beispiel Agony Phasern und normalen Phasern ist im Anfangsstadium egal. Spielt wie gesagt im Min-Maxing erst eine Rolle. Wenn du den Ruf hochgebracht hast und das ist eine sehr wichtige Empfehlung am Anfang, sobald man das Rufsystem freigeschaltet hat, craftet euch die Rufmagen, holt euch die Rufmagen, wo ihr sie nur herbekommen könnt und bringt eure Ruf, und zwar alle 13 Rufstationen, auf Ruf 6. Warum das wichtig ist, habe ich ebenfalls in einem Video schon erklärt. Verlinke ich euch in der Infobox das Video zum Rufsystem. Hier jetzt eine kleine Liste an Fähigkeiten, die ihr aus dem Ruf mitholen könnt. Immer im Slot sollten die Fähigkeiten Präzision und fortschrittliche Sealsysteme sein. Wenn du dich viel selbst teilen willst oder tanken willst, ist es Energierefrequenzierer zu bevorzugen. Wenn du Hilfe bei der Abklingzeit, also bei der Cooldown Reduction benötigst, gibt es noch den Chrono Kondensator. Wenn dein Schiff über 90.000 Trefferpunkte hat, Teilers Duality. Und wenn du einen Photonischen Offizier verwendest, Hilfsenergiekonfiguration. Wenn du Ox to Bed und den Schiffstraight kaltherzig verwendest, kontrollierte Gegenmaßnahmen, dann wird es auch mit dem Traktorstrahl nochmal interessanter. Wenn du noch freie Plätze haben solltest, kannst du auch verbesserte Schilddurchdringung oder vergrößerte Feuerkraft mitnehmen. Kommt halt drauf an, ob du ein Torpedo dabei hast oder nicht. Bei den aktiven Ruffähigkeiten. Diese haben alle eine Abklingzeit von 5 Minuten und die meisten davon spielen keine große Rolle. Die biomolekulare Schildblase aus dem 8472 Ruf ist ein wertvolles Verteidigungsinstrument. Insbesondere wenn du dich nicht viel bewegst. Die Sensorinterferenzplattform von dem Iconianer Ruf ist ein gutes Verteidigungsinstrument, hält aber nicht sehr lange. Quantensingularitätsmanipulation ist ein temporärer Umhang, der außerdem 8 Sekunden lang deine wissenschaftliche Fähigwerte auf Stufe 6 um plus 100 steigert. Die Tetreon-Kaskade verursacht bei einem Tetreon-Bild ordentlich Sprungschaden, ansonsten ziemlich zu vernachlässigen. Das Freischalten des 5. aktiven Rufplatzes sollte keine Priorität haben. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende dieses Videos angelangt. Ich hoffe ich schon so einfach wie möglich das Ganze euch näher bringen könne. Wie gesagt, das hier gilt für Energie-Bilds. Ich werde noch eins mit Kinetik-Bilds bringen, also Torpedo-Schaden. Und eins für EPG, also Exotik. Ja und dann würde ich sagen, sieh mir uns beim nächsten Video. Ich bin Superslate, euer freundlicher Let's Player von Neverland. Tüdelü!